und So herzlich willkommen zur nächsten folge von terra Erics und dann merken wir wieder mit dabei eventuell kommt nachher noch jemand dazu oder auch nicht das wissen wir noch nicht Ich bin betreut Äh Beweg dich doch mal Merux muss doch bisschen was kämpfen und dabei machen wir oder reden wir mit Ebu und dann werden wir dann in die nächste Stadt fliegen und dann werden wir mal schauen aber das ist nämlich der Maik und der Maik wartet schon oder Maik Ne eigentlich nicht Zack hat ja Du fühlst seine Faze Ich versuch gerade Moni anzuflüstern Oh nein eine Frau abchecken Ja ja Schreib immer mit ihm per PSN Du musst Geht nicht alles geschmert Was? Die Valkyan-Federation rallied die Räser zusammen um gegen die Argonen zu schützen Aber wie flüstert man jemanden an? Mehr als immer Sie brauchen große Defender wie du Du Was kann ich dir sagen? Du bist gleich Geschichte Oh nein Ja Ja Wir sind eben Prozent zum Ziel gegeben das ist die Unten Alter 10 Silber und 98 so immer wichtig alles einsammeln schön dass der Helicot die ganze Zeit zurück in das Gleamberg-Geräusch kommt was finde einen Weg um Aschers Traumkammer zu öffnen dann musst du zu ihr zur Kapsel gehen bisschen weiter hin dann auf X drücken in der Kapsel Mike ich komme Räume in der Asche Mike wo stehst du denn Mike ja dann ich flieg noch 10 Jahre später noch 2 3 4 4 4 5 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 6 5 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 13 10 10 13 14 18 16 15 15 15 Kannst du mir helfen? geben ja für die federation danke es ist kein begleiter aktiviert du mich auch ich habe schwarz bild hier hier das ist geil schön dass mein kleider nicht aktiviert wurde ist ja klar wir laufen halt wieder per hand oder fuß halt halt wer bist du warte warte wo seid denn ihr? welk hier ich such gerade Mike weiß ich gerade nicht wo es dann warte ich komm mit ach bist du schon da nein ich fliege jetzt jetzt er ist da dann warte ich wie heißt das Pferd von Hercules? Pegasus also ich sitze und warte das schöne ist ich weiß nicht flieg mein flieg aus uns flieg ok Gott ist die Landschaft schön ach ist das geil ich mag ich weiß nicht wieso aber irgendwie ist mein Reittier nicht aktiviert worden ach Gott ist die Landschaft schön gegenstandausgabe ok die verfügbar Terrashop schauen wir da einfach mal nach den so ich bin jetzt in der Stadt angekommen hier beendet ne ich muss erst mal aufsteigen so jetzt bin ich in der Stadt angekommen hallo hier beende ich einen Moment ich muss jetzt mal noch raus ich geh mal raus Hilfe so ich stell mich hier auf die Treppe hallo und setze mich hin das ist tanzen setz mich hin und ich verabschiede mich von heute schaltet wieder ein wenn es heißt wir erkunden Terra zusammen oder auch nicht ciao tschüssi gut bei mir geht es schon ein bisschen weiter also ja bei mir hängt Gnadia ich muss sagen wir suchen jetzt mal Mike kann man irgendwo speichern oder speichert es automatisch speichert automatisch normalerweise normalerweise es sind war auch das ist so ein Zoom er haben damit heißt es ruhig ich bin bei mir nicht so damit heißt es euch wieder herzlich willkommen zurück und Terra Hallo Tatjana sitzt jetzt bei mir was geht Hallo steht da hinten und Magic Mike ist auch in der Nähe irgendwo ist noch der andere der steht ja hier steht einfach einer der sieht aus wie ein Schloss gerade weil wir liegen hier in der Stadt dann spreche ich mal mit den Typen dort also wenn du ein Reit hier hast ist irgendwas komisch was kann ich für dich ich kann mein Reit hier nicht aktiv werden du hast ja nicht ein Reit hier und ich kann mein Reit hier nicht aktiv werden dass du bist du bist das scheiße ist jetzt gehen wir mal rein oh da fliegt ja etwas also die weiblichen wachen haben da sind freizügig angezogen dann muss ich wie gesagt ich komm mit müssen irgendwo hier hin zum sprechen ja ich weiß schon du bist du bist du so schnell hier ja ich weiß gar nicht ah Reiten Juhu wie kannst du dein Pferd rufen ne drück mal R3 L3 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 drück ich drück ich drück ich Nothing vielleicht hab ich auch noch kein Pferd doch müsstest du ähm da ist ja die Tatjana wo bist du? ach da bist du ja klar komm runter hier oh so wie ich höre sind wir wieder alle zusammen Magic Mike und bei mir hängt es wo treff... wo sollen wir uns treffen? bei mir in Gruppe einladen ihr würdet mich wahrscheinlich eh schneller finden als ich euch ja du kannst uns nicht übersehen hehehe weil ich sitze für sich an die Stadt wenn ich an euch vorbeigelaufen bin ey nein es wird ein Auto krass m also ich sitze an der Statur aber den muss hinten du 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 3 das sind zwar weiter machen und wieder treffen uns bei der Frau mit dem mit dem freizügigen Oberkörper Prozent die Kette er hat also so eine Riesen ich bin Stein Statue mit der Frau mit dem schönen Oberkörper das jetzt ist ist es das ist eine Abbildung von mir nach ja klar ich wusste gar nicht dass du Möpse hast oder in Doppel D bestimmt wo zum gucken bist du ich finde dich nicht ich bin die Treppen hoch einfach da hinten ich bin bei der Statue mit den mit den Roller da bist du auch mal da und ich kann dich wieder mal nicht in die Gruppe einladen der Sekt dann geht es sich einfach vor der dritt bei du mal hier die steht schon seit drei Tagen hier genau an der gleichen Stelle die Trends Jessica nein komm jetzt in die Gruppe rein ach so jetzt bin ich drin jetzt seh ich euch trotzdem nicht doch jetzt seh ich durch das ist dumm dass ich halt noch kein Ding hab kein Pferd geh mal auf Optionen auf deine Fähigkeiten und geh mal auf Spezialfertigkeiten da müsstest du eigentlich dann Begleiter aktivieren drücken oh es muss irgendwo unten bei deiner Leiste sein kein Begleiter aktiv ist es irgendwo unten ist es irgendwo unten nein hat mich gefreut standen ich habe einen Moment für dich ich habe einen Moment für dich normalerweise aber es ist schon normal aber was für einen Begleiter hast du da wenn du da eine Kröte hast dann ist es nicht der Begleiter also kriegt man den nicht über den Quest ich habe eine Fähne die mich begleitet eine kleine Fehler in folgender Anwendung ok das ist dann wieder der Moment wo man sagt jetzt mache ich das Spiel wieder aus Prozent hat mich gespräut Jungs wir zocken wir auf jeden Fall an einem anderen Pferd wieder bis die Tage wenn ihr Level 65 erreicht habt könnt ihr euch hier hinbekommen ich habe noch einen Anruf alles blau da noch das dauert noch tschüss 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 das dauert wenn ihr euch wirklich dran haltet und einfach die Quest jetzt blind, stumpf einfach durchbrettert und ein paar Missionen macht sozusagen durch hier von wegen diese Quest für Ausbildung dann seid ihr da so fix durch das das ist Wahnsinn das ist der Wahnsinn nein das glaube ich dir nachher Cicci so was wir mit diesen Achsen hier sprechen oh ja schön so geht es weiter dann gehen wir wieder rein ist doch schön ist gut zu wissen, dass das Spiel so oft gehört hat wegen einem Fehler oder auch nicht oh ich Gott meine Blazische macht auch so diese Es ist nur die Frage, wo ich hin muss. Ja, warte, ich komme nicht. Nein. Doch. So. Bisschen warm, würde ich sagen, hier. Platter, hallo, schwarzer Bildschirm, gehst du mal weg, oder? Ah, danke. Na ja, da machen wir es wieder. Jetzt geh ich mal hier hoch, dann beende ich die Aufnahme und das. Ich bin sie noch nicht. So, ich warte noch, bis ich eigentlich drinnen bin. Da holen wir uns mal Tatjana. Spielen. Schuui. Autsch. Ich habe Falschschaden genommen. Wo bist du denn eigentlich gerade? Wo bist du denn? Im Marktplatz mit dem riesen Ding. Dann warte da bitte auf mich, weil ich muss noch nicht eine Cutscene noch machen und dann kann man mal zum nächsten Dorf gehen. Oder auch nicht. Ein schon drücken Fritzrikaten hat. Ich muss dir noch irgendwas erledigen, steht da. So. Ich muss mit, mit dem, äh, mit Gary, mit Getty muss ich sprechen. Er hofft mich, steht es nicht schon wieder auf. Danke. Sprech auf dem Platz der Freiheit mit Getty. Alle reden von euren Leistungen auf der Insel der Dämmerung. Gute Arbeit, aber werdet nicht übermütig. Ab sofort seid ihr im aktiven Dienst. In ein paar Wochen werdet ihr euch danach zurücksehnen, auf der Insel der Dämmerung Ferkel zu jagen. Getty, da bist du. Was habt ihr erwartet, eine Parade? Hahaha, diese Jugend heutzutage. Abtreten. Ich kann den Gestank von Ferkeln nicht mehr ertragen. Nur so, ich bin muss noch. Ich mag diesen Typen nicht, der ist mir ein bisschen suspekt. Ich weiß, wo er ist, der Getty. Oder die Getty. Daddy. Daddy, das Getty. Wache. 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 Das ist immer Magie. Hey, wir sind auch in der Gruppe drin, ach ist das nett. Ja, Eis Getty. Ach da. Und Level auf. Das ist wieder Dorf, mit der Td, mit der Td, mit der Td, mit der Td, mit der Td. Stufe 42? Oh. Wer du? Nein. Aber nett. Oh, das ist ja nicht süß. Richtig putzig. Nein, da muss ich nett hin. Ich geh jetzt ein Pinguin. Ich geh jetzt ein Pinguin. Ich geh jetzt ein Pinguin. Mann, und ich lauf rein. Ein Pinguin? Oh. Ja, ein Pinguin. Ich hab ein Pinguin. Ich hab ein Pinguin. Pinguine sind schön. Ah. Gruß. Hallo. Stufe 61 ist klar. Gibt's. Ich würde mal gerne eine andere Hose haben, wäre auch mal nicht schlecht. Ah. Ja. Also den Jungs für dieses Outfit richtig gut gefallen, was die hier trägt. Das könnte ich mir schon vorstellen. So einfach mal so richtig schön leicht bekleidet wie das Bikini. So richtig leicht bekleidet. Wohin zum Teufel kommt jetzt dieses Baby-Grad. Jetzt hab ich ein Pferd. Wie bist denn du? Getty. Ich hab irgendwo so den ganzen... Getty. Bei der Getty. Ja. Aber du musst... Guck, jetzt hab ich ein Pferd. Ah, Getty ist Teleportation. Wohin muss ich jetzt betreten, das Hauptquartier? Sollen wir uns teleportieren? Nein, ich muss ja erstmal ins Hauptquartier, damit ich überhaupt weiß, was ich machen muss. Ja. Okay, wenn du dann fertig bist, dann kommt dann bitte noch mal zu Getty. Dann kannst du mich dann aussuchen. Wenn du dann bei Getty bist, dann teleportieren wir uns dann dahin. Jemand kommt. Ist mir doch egal. Hä? Boah. Uke. Uh, Reiten. Jetzt kommt die Zwischen... Nein! Was ist denn los? In der folgenden Anwendung ist ein Fehler aufgefehlt. Ach. Die Gruppenführer. Gruppenmenü. Magic. Mike. Untermenü. Ich glaub den Tor rauswerfen erst einmal. Und du kommst ja gleich wie... Seit wann bin ich 23? Ja, 20. Haha. Stopp, ey. Hey. Ihr Gruppenmenü. Schaut jetzt an, dass ich 23 bin und du 12. Aber das stimmt nicht. Hallo. Jetzt seid kurz ruhig. Ja, zwei. Schaut jetzt an, dass du jetzt nie. Jemand. Das. Witz. Der Standart. Schaut jetzt an. Schaut jetzt an. Schaut jetzt an, dass ich dort erinnere. Pa! was ist denn jetzt los so hallo und herzlich willkommen zurück zu terra nachdem eine place der schnapp gestürzt ist ich weiß nicht inwiefern das letzte mal aufgenommen wurde ist mir eigentlich auch ziemlich egal ich habe ein paar quests abgegeben habe jetzt mal ein reittier und stehe jetzt vom whatever und quatsch jetzt mit dem so das ist ein bisschen was erklärt das ist ein bisschen freundlich ist ein weiteres Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, er kann Ferkeln nicht mehr riechen, alles klar. Also, wohin muss ich jetzt sprechen mit... Wem? Nimm Getty. Ich muss mit dem Typ daneben sprechen. Nimm Getty. Nimm him, Samael. Samael. Jetzt muss ich mit mir. Mit dem Glas reden. Mit dem Gulasch. Darum, wohin muss ich jetzt sprechen mit dem Flugmeister, alles klar. Auf zum Flugmeister, komm Matze. Ja, dann auf zum Flug. Mal wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge von mir. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab mich erst komplett verloren. Hehe. Letzte Folge haben wir irgendwo hin teleportiert. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, weil ich hab nämlich jetzt... So. Ach ja. Das ist doch schön, wenn du es richtig schön habt. So. Ach ja. Du bleibst, wo bist. Da. Du bist da. Ich muss grad nur suchen. Wo ist die? Hallo? Fliegen. Ah, interagieren. Zum Ziel begebend war... Holzhausen? Und fliegst du? Und fliegst du? Mach mal Holzhausen. Was? Holzhausen? Ja, Holzhausen. Wir könnten auch noch... Wir könnten auch noch... Wir können auch noch toolhausen. Okay. Wir gehen Holzhausen. Juhu. Hallo. Haha. Haha. Hahaha. Kommen welche noch ins Egegen? und wie sitzt du drauf und wie sitzt du drauf also ich bin ganz legel mäßig mit beiden beinen auf einer seite ich weiß es doch nicht wo sieht man das sieht man auch wenn man drauf sitzt doch das geht man gehen wir auf touchpad dann musst du auf r2 und l2 drücken juhu teleportieren wuuu tschüss ganz knapp was du hinter mir ja ich sitze breitbeinig da so wie es aussieht oh breitbein nika das magst du doch gell ah da bist du ja ja ich sitze breitbeinig wenn es ja die fliegen schon lang dauern würde immer ja holzhausen da muss ich sagen ich hab doch keinen plan mehr also da ist alles für mich komplett neu für mich war es komplett hütting blind ab dem ersten gegner ab oder ist das gott bist du groß geworden deck mich am mars so drücke um das imitator und wählt dann die fortrolle holzhausen platz teleportieren holzhausen platz teleportieren holzhausen platz wo ist denn dein teleporting hä hast du es nicht von getty bekommen gott was ist denn das an der kräfte das ist die brücke jetzt so rum hallo hi so mit dem müssen wir reden mit das ist die dritte stärken schicken grüß ferus er ist hier die muss zu reden ja aber der sagt ja ich denke ich denke ihr seid nicht schlecht sollt ihr den dumm sehen und die himmelsgüte bei mir steht ich muss die quest erledigen grüß ferus in von douglas also ich muss wieder zurück komm mit zurück zum flugplatz das ist Lidl Dorf und dann fahren wir fliegen wir nach Ferus äh nach Flingsbums nein nach Flugplatz ist dann hier oben hier nach Chris nach Chris Xenthia fliegen wir ach er ist jetzt bald bei nicht da ich nicht aber bei mir sieht man schönere Sachen wie bei dir das sagst du hast du schon meinen Himmel angeschaut das ist ein riesenfelder Tentagramm hey ja wunderschön ja wunderschön oh da unten sind so schöne die ich ja so schöne Tiere oh ja da hätten wir aber auch ihn reiten können theoretisch ja dann hier über die Brücke hätten wir zu viel durch ein paar Tiere treffen können jo also bei mir steht dass du die Stufe 15 bist da bin ich ja auch bloß in der Gruppe wenn ich das so nachscheue dann heißt dass ich die Stufe 23 bin ach das Spiel hängt schon wieder so ich warte jetzt noch auf dich dann stellen wir uns davor so ich setze mich hin und vielleicht ein bisschen näher ran und nicht weiter weg und ich verabschiede mich ich tanze hat mir hat mir immer Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal bis dann ciao so auf geht's weiter oder ich würde dann sagen dass wir erstmal die Sachen dann schneiden und dann eins hochladen können wir machen also das würde ich jetzt machen also bis nächstes Wochenende jo ciao tschüssi dann auch von mir auch wieder auf Wiedersehen das wird das eine ganz kurze Folge das wird glaube ich nur so 10 Minuten werden aber hey vielleicht schade ich einfach vielleicht nicht auf dieses Part einfach als jetzt einfach im letzten Video noch mit dahin das weiß ich nicht also dann Wiedersehen das ist ja ja dann das ist ja dann dann